Ja Freunde damit hallo und herzlich willkommen zu einer Runde COD MW3 zusammen mit dem Sergeant Blackburn alias Schwarzbrenner. Wir spielen hier gerade überleben auf wie heißt die Map? Keine Ahnung. Ich spiele dieses Spiel seit ca. 3 Tagen also habe ein bisschen Nachsicht. Falls da noch nicht so die Skills vorhanden sind. Ja genau sowas zum Beispiel. Alter. Ich sollte vielleicht nicht unbedingt neben diesen Scheiß-Nade-Wixern stehen wenn die explodieren. So da hinten kommen wir jetzt endlich mal welche lang. Das ist schon mal schön. Das heißt das kann ich mir holen. Ach du Wichser. Oh. Ich muss euch nachladen müssen. Wo willst du hin? Zu mir? Ist aber lieb von dir. Ähm. Ah die sind alle da hinten alter. Kranote! Hehehehehe Lol. Ich bin gleich zu viel zu tun wo ich noch ein bisschen Geld davor habe. Ich schreibe mal rum. In der Erde geschossen! Hau so ein Geister! Das kommt rein. Aua. Entschuldigung! Voll in mein Face. Wo siehst du hin? Dann stoßt du doch mal drauf. Hehehehehe Okay. Äh ja. Last man standing. Excellent as Ragazin! Excellent as Ragazin! So. Einmal nachladen. 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 Achso übrigens Dennis ist wieder dabei. So. Nebenbei mal erwähnt. Das ist jetzt neben mir. Sieht man nicht. Fällt fast nicht auf. Er hat vorhin erzählt er wäre zu breit für meinen Greenscreen aber anscheinend. Passt da doch noch drauf. Muss auch noch ein bisschen trainieren. So. F5. Können die Jungs sich auch mal entscheiden? Hehehehe. Vielleicht die einen Schritt. Sie kommen noch. Nicht wirklich. Hehehehehe. Hehehehehe. Hehehe. Hehehe. Haben wir jetzt alle gesehen wie du das gemeint hast. Ist eigentlich auch eine begrenzte Rumpenzahl oder was? Nee, das ist so lange, dass du schon weg bist. Mit der Runde für Runde wird das immer schwerer. Ja, wird halt immer schwerer pro Runde. Alter! Hier waren gerade nur solche Explosivtiefen, Alter. Pass auf! Pass auf! Bumm! Bumm, Alter! Der Ratz der Rede. Alter, schwätz mal deutsch! Die labern hier irgendwas auf Russisch, hä? Hehehe. Weißt du, die meine Jungs zu reden? Französisch? Die anderen Jungs reden hier Russisch? Hehehe. Wo sind denn die, Alter? Ach, die sind innen drin. Hehehe. Ja, toll, hey! Die passen alle genau. He? Im Grunde ist doch schon langsam zu verstanden. meistens so geht dass du da durchläuft und dann die falsche richtung welchen er dafür alles ach so ja nee also eigentlich ist immer andersrum ich bitte alles und er steht daneben guckt zu so ist es in der regel jedes war jetzt auch pervers irgendwie und außerhalb der regel ja außerhalb der regel ja da müssen wir nicht drüber reden ja normalerweise du hab ich wieder spieler schon zu klingeln deswegen dass ich ja mal den ladys hervortritt ist alles klar okay dann gehen wir mal vor ne wie war's ne kann ich in der regel baden ja wenn sie mit einer walle vollkriegen ja auch am strand gibt's regeln so mache ich das normalerweise gesehen klappt nur nicht immer weil er meint er müsse mir im weg stehen klappe du bist jetzt gemessert mein freund weiter ja klar solche wichser alter bin getroffen hilfe hilfe bin leer geschossen echt mal lässt er mich hier flacken hey sanitäter ich komme ich komme ich guten tag sanitäter sanitäter bin leer geschossen weibliche helikopter transportieren gepanzerte einheiten in das ich er he er 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 Regeln, Alter. Du hast das mal aus meiner Perspektive gerade sehen müssen. Ich stehe hier. Hier war alles voll mit Leichen, ne? Ich stand hier hinten. Und es fliegt einfach mal drei Leichen entgegen. Läuft. Drück mal auf 5, Alter. Weiter geht's. Nächster Round. Drück mal 4, Alter. Alte 4. Alte 4. Machst du Alte 4. Feinde nähern sich aus verschiedenen Richtungen ihrer Position. Vorräte bereit zur Auslieferung. Vorräte sind unterwegs. Vorräte bereit zur Auslieferung. Jetzt trifft meine Piste ein von den Leuten, glaub ich. Achso, das ist meine. Das ist deine. Wo ist meine? Die kommt noch. Achso, die kommt noch. Wo bleibt mein Delta-Team, Alter? Ich hab ein Delta-Team gekauft. Okay, geb ich da einfach noch mit. Ah, knapp. Das waren alle. Gut gemacht, Team. Jo, haben wir gut gemacht, ne? Also wirklich. Hat er gut gemacht. Die ersten paar Runden, ich sag mal die ersten 15 Runden sind langweilig. Aber sobald es wirklich dann, äh, wo die Jungs mit der, äh, den ganzen kommen, mit der, Scar und so weiter, die sind heftig. Ne, warte, AC ist das. Dann musst du halt, musst du ganz das Magazin raufkloppen bis sie sterben. Ach, mit vier? Ah, okay. Das ist natürlich Logik. Die ich nicht so sonderlich gut besitze. Feindliche Truppen nähern sich. Ey, der Diebe. Jetzt wird's voll, Alter. Wie viele Leute das hier ist? Ich sag jetzt, wird's voll. Komm, wir nehmen uns erstmal hin und müssen weg erstmal. Ja, Mann, komm schon. Ja. Ja. Nicht einmal schießen, wir gucken jetzt das ganze an. Okay. Ja, Akzio! Voll wie die da rumschreien, Alter. Ja, Akzio! Ja, okay, mach das mal. Was machst denn du da? Du bist in die falsche Richtung. Ach so, er gibt eine Deckung. Das ist gut. Er gibt, er gibt eine Deckung, die ich vor mich stellen. Ja, mach einmal eine Lange. Mann am Boden. Mann am Boden. Alter, wie die einfach alle voll knallhart verrecken. Ey, okay, das reicht, Alter. Alter. Die Moral von der Geschichte, schaffen die nicht. Mann am Boden! Schon wieder einer, wo denn? Mann, Leute! Vergangen alle! Toll! Wir kommen, alle sind tot! Toll! Alle Feindkontakte eliminiert! Aber kann ich denn jetzt keine Dings hier? Keine... Wenn du die schon hast? Besitz von... Hä, ich hab doch keinen Einsatz-Trupp-Schild! Ich hab keinen Besitz! Ich hab keinen Besitz! Du kannst nur noch einen Trupp steuern! Geh mal da hin! Geh mal hier hin! Ja genau! Wie seh ich aus, Alter! Ich glaub, das hat deine Leute erledigt, oder? Bitte? Ich glaub, das hat deine Leute erledigt, oder? Ich glaub, das hat deine Leute erledigt, oder? Ich glaub, das hat dein Ziel-Team erledigt! Ja! Oh! Hält meine Ton! Alter! Was tut Hohen da? Was tut Hohen da? Sonderkommando Delta kommt! Ankunft in 20 Sekunden! Vorsichtig Feuer! Und Bumm! Bumm Bumm Bumm! Die sind lustig! Bumm! Jetzt musst du wirklich auch passen, auf wen du schießt! Ich hab schon gerade auf die Reik geschossen! Ja, Mann! Wir haben hier einmal Roadie! Dann haben wir einmal... Barrel! Äh... Angel! Koma! Oh, für Lose! Komm, ich schau's mal her! Wo kommen wir nach? Bitte? Sind das denn 6 oder 5? Was sind... Null, Alter! Barrel! Rady! Koma! Angel! Undertone! Alter! Können wir überhaupt noch verlieren, Alter? Ja gut, die sind so scheiße! Oh, die Mann! Ich hatte ein bisschen Durchfall! Guck mal auf den Boden! Aber ziemlich harten Schiss, Alter! Komm, du gehst mir hin mit der Mission! Weißt du, dass irgendwo der Stimme aufliegt! Feindliche Kampfhunde nähern sich Eingangsposition! Die Scheibe möchte ich wissen, aber das geht nicht! Oh! Ich soll jetzt vielleicht noch eine Mission holen! Das geht nicht! Ja! Da ist ein Windrad... Das ist ein Windrad! Aber da ist ja auch ein Windrad! gebraucht? Ja, ne? Ja, gut. Ich hab's für den Helden hingebauten, da, da runter. Da runter? Oh, warte, ich schmier schnell runter. Komm gleich wieder. Ja, läuft jetzt. Das ist eigentlich so eine hässliche Shotgun, Alter. Ernsthaft? Alter. Da. Ja, jetzt komm mit, wir gehen mal in Herrn Ilm, da kannst du ne Schutzwessel kaufen. Ja, warte mal, ich muss erstmal ne Waffel kaufen. Ne Waffel? Du willst mir ne Waffel? Ne Waffel, ja. Die beiden Farbeimer. Das ist krass, ey. Schlimm mit dir, ey. Mit einem Farbeimer töten hier, ey. Was sollst die richtigen Leute töten? Die armen Farbeimer, die können nix dafür. Sonst richtigen Leute töten? Okay. Ich bin auch nicht richtig. So, Schutzweste, A4. Oh, komm. Schlimm. 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 So, okay, vollgepackt, Alter. Was ich schon wieder schwer gepanzert hatte? Hm. Naja, wir sind easy. Das sind wirklich zu viele. Ja, wir haben ja wieder unsere Leute. Ach, jetzt ist der da hinten rausgesprungen, oder was? Da. Ja, geh mir vor's Gesicht. Lade nach! Lade nach! Lade nach! Okay, keine gute Idee. Ähm. Ähm. Ist der auch mal tot irgendwann? Wehe? Was? Was, wo bist du denn, Alter? Alter! Was machst du denn da? Alter! Was machst du denn da? Ist das das Match? Ich hab mir das Knie eingehauen. Ja, würde ich jetzt auch behaupten. Hat sich ein Splitter eingezogen. Er hat einen Männerschnupfen. Ich bin einfach losgelaufen und hab mir das Knie eingehauen. Das passiert öfters, das ist normal. Ähm, 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 hm. Hab keine Kohle mehr, scheiße. Mehrere Kontakte mehr an sich. Der Schütze aktiviert! Der Schütze! Oh, das ist mein Delta-Team. Okay, das war mein Delta-Team. Das war dein Delta-Team, ja. Ich sag's, das ist mein Delta-Team! Moment, ich schreit so. Okay, das war mein Delta-Team. Alter, die beiden Claymore haben's jetzt voll gerissen, Alter. Hast du das gesehen? Ja, dann. Ja, das war ja wieder super. Guten Tag, herzlich willkommen im Let's Play. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Einschweigt! 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 Ach, wer ist denn? Wollt ihr nicht sekundiert? Ja, ich hab's gerade gesehen, Sabell. Jawoll! Der zieht die Fans selber in der Bahn! Ja! Achso, Munition eventuell. Eventual. Eventual. Eventual Musik. So. Munition. Was haben wir? Außer erfüllen. Schick, schick, schick. Ich komme! Feinde kommen! Ihhh, immer noch. Die Aufklärung zeigt feindliche Stellungen nahe ihrer Position. Ja, die wo du grad zeigst oder was? Die Aufklärung zeigt feindliche Stellungen nahe ihrer Position. Ja, die wo du grad zeigst oder was? Für manche Menschen ist das vielleicht feindlich, ja? Alter! Ich hab grad zwei Fäuste getroffen. Alter! Ich hab grad zwei Fäuste getroffen. навfeiert saarte uns! Kannt werden,rick ... Verstätigt zieler passt! Ladet nach! Lade nach! Der letzte hat's gar nicht belohnt! Nee! Nicht wirklich! Hm? Du kannst den geschützt holen? Ich weiss nicht, auf wann ist denn das geschützt? Der ist grad gekommen. Am hast du beg Infinity. ach so das ist schon mal geil dann komm ich dann komm mit dann hol ich jetzt mein geschützt 3600 das ist da hinten bei der granate hast du 3000 ja dann ist ja perfekt dann habe ich nur 600 übrig das heißt da kann ich nichts mehr tun dann hole ich mir dann gleich mal wenn mein geschützt kaputt ist hole ich mir dann das granate vergeschützt geschützt bereits im einsatz alles klar darf die wirklich noch einer rum oder? b4 an der brust tragen das wird wahrscheinlich ja jetzt kommen wir alle ich bin schon fast tot nein 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 aua schau dir mal die Messer an ja leck mich am Arsch haben wir es jetzt einfach gerade verkackt ok komm machen wir die missions ich finde die cooler jo machen wir die erste oder zweite warte mal wie viel haben wir denn jetzt 16 17 minuten ja egal scheiß drauf machen wir mission zweiter alter komm warte einfach irgendeine rein irgendeine die bock macht ok dann nimm mir die die waren wir ja eben ja die war geil unsichtbare bedrohung nice ich hab grad mcrap lp gelesen was hast du so gelesen? er steht mc mcrap lp mcrap 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 jetzt bin ich der scharf schütze das ist der scharf schütze mcrap mcp und zuerst der scharf zu schützen ahh uuuuu pump hahaha aber mich so lahm unterwegs ein bisschen mehr trainieren da wird das schon ich denke ich mir ernst, Call of Duty gehört mich so von By2day, weißt du? Überletzt, Explosionen Alter, was machst du denn, Kollege? Zu Predator, um diese Ladungen zu finden. Mehr Feinde auf dem Weg zu Ihnen, hätten wir uns hier. Die den USPV-Busik-Türmer vorrücken. Was? Ich hab keine Ahnung. Pass auf, bleib in Deckung, solange der Panzer war damit. Der Panzer schieß doch nicht! Warte, ich erbillige sofort den Panzer, wenn ich zwei unterschließen kann. Der rechter Bogen geht noch. Oder zieht er weg. Exakt. Komm schon, Tadu! Richtig, Tadu! Aua! Ähm... Guck mal, wo der Panzer hinkommt! Hui, Jungs! Let's go! Ladungen markiert. Metal 04, zu Predator, um diese Ladungen zu finden. Oh, guter. Okay. Endschürfer! Bestmann! Endschürfer! USB-Power entschärft! 2,0! Au! Alter, das fällt dem eigentlich auf dem Raketenwerfer auf mich geschießen, ey. Alter! Mongo! Ey, von wo, von wo, von wo? Alter! 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 Von hinter mir, ey! Spast! Von hinter mir, ja? Der hat mich von hinten gefistet, alter! Stehst du? Jetzt mach was andersrum! Das bist du, der Scharfschütze! Ach nee! Kennt dein Kamerad schon? Die Blondinenwitzel von dir. Naja! Zu geil, Alter! Und das ist ja nicht so gut. Es sind überall USB-Vs an der Schnellstraße, Metal 04. Mit dem Bombenräumanzug entschärfen, damit unser Panzer sicher durchkommt. Ladungen markiert. nivellll neute�regнитoren! Hä? 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 Was ist das? Entschöpfen! Entschöpfen! Alter, ich kann hier einfach null runtergucken, ey. Jo. So trau es natürlich auch noch. So Predator. Worauf schieße ich denn jetzt? Bin ich schon fast alle tot, oder? Haha, ich bin nur. Vielleicht auf dem Helikopter? Ja. Okay, ich glaube der Helikopter war gerade direkt über mir. Du kannst doch heute mit dem großen Schallschutz zugeworfen, der Helikopter schießen. Ja. Ich habe nur festgestellt, es ist keine gute Idee. Direkt nach der Hauptsitzung. Du musst mir den ÖSB-Fast anzeigen, dann kann ich nichts machen. Achso. Da war ja was. Ja, ich weiß, es war eng. Du hast so nahe neben mir geschossen, dass ich mich in die Tunnel erschrocken habe. Ich habe in deinem Bus gesprungen. Ich habe einen Sack gefunden. Du hast einen Sack gefunden, ey. Ich hoffe doch mal, dass du deinen auch noch wieder findest. Du hast einen Sack gefunden. Du hast einen Sack gefunden. Du hast einen Sack gefunden. Aua, aua, aua. Ah, ich bin abgeschossen. Ja, das ist okay. Ich sehe da. Ich habe den Sack gefunden. ich bin ich bin ich bin so kriegt er nicht ich bin dabei ich bin dabei ich bin dabei ja ich würd sagen da haben wir gut abgesagt stimmt du Pisser mit Deckung ich geh nochmal zu Pöderfest ich krieg den kein Problem jawohl dann krieg ich da nicht an dauernd nur einen Stern das kotzt mich an ja wir müssen auf der untersten Schwierigkeit grad spielen ja ja gut jetzt haben wir 26 Minuten schaffen wir noch eine Mission wir können die hier nehmen dann nehmen wir die hier los gehts dann können wir eine AC-130 ok cool schalten Sie die feindliche Luftwehr äh Moment schalten Sie die feindliche Luftabwehr aus und infiltrieren Sie Ihre Basis mit einer AC-130-Unterstützung fliegen so sieht es aus ja laden laden auf Mitspieler warten ja laden 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 Ja, alter! Links auf dem Dach. Hm? Links auf dem Dach. Jo, ich glaube, der ist jetzt auch gestorben. Alter! Lass mal ein paar Leute leben, ey! Wie soll ich denn? Soll ich einfach runterspringen oder was? Achso, okay, ja. Aua. Achtung, ich latsch da jetzt auch irgendwo durch die Gegend, ne? Ja, links. Ja. Alter! Sie haben keine Zeit mehr, ja. Ich habe keine Zeit mehr. Oh mein Gott, nein! Hä? Ah. Boom. Alter, ich stand vor dem Scheißding. Ich weiß nicht, ich stand davor. Nochmal? Ja, nochmal. Ich glaube, das ist für Absicht, dass ich das raushaue die ganze Zeit. Bereitsmachung. Die Ratschung, die Stellung, wenn sie nicht sehen, um Verlustung aufzupackt, um sie hier vor Ort aufzupackt. Oh, auch das nicht. Freude, ich bin die Ratschung. Aua, 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 aua. Junge. 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 2. 1. 2. 4. 5. 6. 5. 5. 6. 10. 9. 10. 11. 10. 10. 10. A-T-9 BAM A-T-9 BAM BAM A-T-9 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 Ja okay will der raketen flyd cozy in der dalle Autsch Habe ich dich getroffen? Nur ein bisschen So, also nur so ein bisschen, dass ich fast gestorben wäre, sonst ist alles gut Alter, ganz offen Alter Es bleibt nicht mehr viel Zeit Soll ich da hochkommen, Alter? 24 Sekunden Ach da, ok, gut, da ist der Leiter Gute Arbeit, das kann weitergehen, ja Alter What the fuck Mach mal kaputt, ich bin in Sicherheit Ja, toll Alter, what the fuck So langsam Ja, willst du mich verarschen? Ich kann ja nicht einfach mitten übers Feld rennen, Alter Ja, ich hab's gesehen, aber Yo Machen Sie sich bereit Die Grafettbestellungen im Begegnügen und Luftverstöckungen zu hier Sofort aushalten Voll durch jetzt Ok, einfach voll durch Halt die Schnauze Halt die Schnauze Ja, ist klar, Alter Ey, scheiße, man, ich steh neben dem, Alter Gib ihm so hart und er verreckt nicht, ey Naja, gut, Leute Dann würd ich sagen Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Lasst ein Abo da Ciao, ciao